Hey Johnny, lass das. Was ist, wenn mein Vater das rauskriegt? Ach Gott, mein Vater kriegt das nicht mit, kein Herr. Nicht ohne mein Trikot. Sieh dein Trikot aus. Nein, nicht ohne mein Trikot. Du kennst doch den Johnny. Der Johnny fickt nicht ohne sein Trikot. Mach mir den Johnny, Johnny. Oh ja, du weißt ja, was du willst. Johnny, das war so schön mit dir. Ja Baby, ich weiß, alles was der Johnny will, bekommt der Johnny auch, Baby. Na ja, bist du auf die Meisterschaft, ne? Jetzt hast du das mit dir nicht wichtig. Hast du was gehört? Scheiße, in der Verdatte. Nicht, dass der Vater ist. Vater? Scheiße. Anna, was ist das denn hier, oder was? Scheiße. Du machst hier mit dem Schalker rum, oder was? Wo ist denn geknallt, oder was? Nix ist hier passiert. Du knallst hier an Schalker, oder was? Und dann noch in den VfL-Bettwäscher, oder was? Das kann ja wohl nie wahr sein. Wie siehst du überhaupt aus mit deinen Zotteln, oder was? Da hast du Fluse am Kopf, oder was? Raus mit dir! Meine Hose... Was hält die Hose, oder was? Kannst du abbauen, oder was? Ey, ich fass das nicht, oder was? Ich kann's kaum glauben, oder was? Ich zum Haare raufen, oder was? Meine eigene Tochter knallt einen Schalker, oder was? In meine VfL-Bettwäsche, oder was? Mann, mir tut das leid. Außerdem konnte er eh nur vier Minuten. Ach so. Wie damals, wie die Meisterschaft. Nur vier Minuten, oder was? Ist ja klasse. Ja gut, mehr kriegen die eh nicht zustande, oder was? Aber das kann ja wohl nicht wahr sein. Also jetzt hast du mir blass gemacht, oder was? Sorry. Ja, aber nicht, dass du in nächster Zecke hier auch noch knallst, oder was? Nein. Und dann noch die Tochter VfL-Bettwäsche, oder was? Nein, das kommt nicht mehr vor. Ey, weißt du, was du dir wegholen kannst, oder was? Von so'n Schalk an Krankheiten? Weiß ich, die Pest, Malade, weiß ich noch, oder was? Ach so, und seht zu, dass die Bettwäsche wieder sauber wird, oder was? Also das geht überhaupt gar nicht. Pause. Ya衝st Speaking